Nasenkorrektur ohne OP hier bei einer Patientin mit einem Schnellvorschau und jetzt die Behandlung selber. Man sieht hier, wie gebogen die Nasenspitze ist, aber auch beginnend von Nasenhöcker heraus. Und sie möchte auf jeden Fall eine natürlichere Nase bekommen, eine Nase bekommen, die etwas vom Nasenspitze her hochgehoben ist. Ich denke, jetzt sieht man schon, dass es deutlich besser ist, dass die Nasenspitze deutlich höher gekommen ist. Jetzt muss man natürlich schauen, dass man die Nase in dieser Form auch behält und so kann man, denke ich, die Nase lassen. Da ist es auch sehr, sehr passend zu ihr Gesicht und ihr Aussehen hat sich nicht verändert. Nur die Nasenspitze hat sich deutlich hoch angehoben und es ist nicht mehr wellenartig, sondern einfach nur gerade.